Minimarket Simulator We Are findet ihr jetzt für 14,79 Euro auf Steam. Ja, einen eigenen Supermarkt aufbauen, bewirtschaften, die Kunden abkassieren, all das könnt ihr in diesem Spiel. Sowas habe ich noch nie gespielt und ich bin schon gespannt, ob ich mich hier zum Quickie-Markt-Manager hocharbeiten kann und was mich alles so in meinen eigenen Supermarkt erwartet. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja, ich bin im Spiel und ich baue mir jetzt hier meinen eigenen Minimarkt auf. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was das Ding denn kann. Knapp 15 Euro über Steam und ich schaue natürlich erst mal in die Optionen. So, was haben wir? Movement Mode, Teleport oder Locomotion. Ich nehme natürlich Locomotion, wir haben Snap Turn, Smooth Turn, ich nehme natürlich Smooth Turn und meine Movement Hand ist rechts, links. Ich vergesse das immer, ich meine, das wäre links. Show FPS können wir auch machen, Back und dann machen wir New Game. So, ja, hi. Press left hand stop button to open wrist menu. Okay, knack scharf. Okay, also rechter Thumbstick kann ich kriechen. Okay, erster Eindruck, das ist okay. Es ist schlichte Grafik, aber es ist scharf, es ist okay. Hat so ein bisschen Quest Niveau, würde ich sagen. Ja, Solo Fits gibt es hier. So, was kann man noch machen? Komm, hier ist Müll, hier ist so ein Graffiti, hier ist eine Mülltonne, ist leer. Ich kann mal ein bisschen spazieren gehen, hier ist ein Parkplatz. Ich hoffe, dass nachher ganz viele Kunden hier stehen werden. Hier kann man von hinten in den Markt, hier kann man Basketball spielen. Und jetzt gehen wir erst mal aufräumen. Collect trash from ground and throw it in the dumpster next to the store. Okay, also jetzt müssen wir erst mal Müll aufheben. So, können wir auch zwei nehmen, ja, ne. So, zack. Also er hält das nicht so, ne, es schwebt so, ne. Aber egal, so, jetzt gehen wir erst mal aufräumen. Zack, 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 zack. So. Ich sollte aber, glaube ich, Müll im Markt wegschmeißen, ne. So, jetzt sollte ich erst mal wischen. Aber das schmeiße ich auch noch weg, so, komm. So, wir müssen ja hier aufräumen, komm. Das ist ein Laden, ne, guck mal. So, hier gibt es gar nichts zu kaufen bei mir. Aber auch hier, das hier, ne, sieht alles okay aus. Man kann es erahnen, was da stehen soll, ne. Ist jetzt nicht, weil es unschärf ist, sondern weil es nicht vernünftig da draufsteht. So, jetzt machen wir erst mal hier Go to target location to pick the broom, also den Besen, to clean the ground. Okay, der Untertitel ist leicht schief oder meine Brille ist leicht schief? Meine Brille ist leicht schief, okay. Ja, ein bisschen hier justieren. So, jetzt ist besser. So. Was soll ich jetzt hier wischen? Ach, guck mal, das geht dann hier weg. Also, ich brauche kein Wasser. Okay. Du kannst die Brille nutzen, um das Graffiti auf der Wallen zu schiefen. Okay. Wenn du, wenn du zu schiefen hast, gehst du zu der Target-Lokation, neben dem Computer, um zu starten, Goods für die Store zu schiefen. Ja, jetzt machen wir erst mal sauber hier. Also, ich lasse doch keinen hier rein. Okay, aber ich finde das schon mal sehr cool, dass das hier, ja, alles verschwindet und ich muss jetzt hier nicht irgendwie eine halbe Stunde rumwischen, ne. Aber erst mal machen wir den Boden sauber. Das gehört sich so. So. Will das hier schön haben. Okay, so Graffiti können wir damit auch wegmachen. So. Okay. Guck mal da, die Wand ist ja kaputt. Was ist denn das? Das sieht ja hier aus. Machen wir hier alles weg hier. So, was mache ich jetzt mit dem Ding? Schmeiße ich den einfach irgendwo hin oder kann man den irgendwo hinstellen? Einfach so. Ne, das kommt hier hinten in mein Büro. So. Und das muss ich jetzt immer alles einzeln zur Mülltonne schleppen. Oder was? Kann man auch rennen? Ach, tatsächlich. Wenn ich den Thumb drücke, kann ich auch rennen. So, ich muss ja aufräumen. Hier, komm. Wie sieht denn das hier aus? Da kommt doch kein Kunde hier. Guck mal. Das ist ja Mist da durch, Leute. Ich muss aufräumen. Das kann ich nie haben. Also, das will ich nicht. Kann man nur die Scheibe damit sauber machen. Die sieht auch aus wie Sau. Oh. So. Zack. Okay. So, den Rest lassen wir erst mal. Wir gehen jetzt mal zum Computer. Dass ein bisschen Müll ist, okay. So, jetzt gehen wir zum Computer. Jetzt wird hier eingekauft. Zack. Ah, guck mal. Ah, ein Regal. Guck mal. Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht denn das? Tausend. Okay, wir holen jetzt ein Regal für 100. Habe ich. Also, Card. So, Place Order and Pay. Habe ich. So, jetzt habe ich auch nur 899. Wieso das denn? Das hat doch 100 gekostet. Steuern oder was? So, go to the Market App and order one product. Achso, und ein Produkt muss ich auch noch. Okay. Product. Ah, das ist dann all. Wie komme ich hier nicht mehr raus? Da ist wieder was kaputt, ne? Ach nee, da. Guck mal da. Ah, okay. Food oder Drinks? Kann ich nicht. Ah, ist alles gesperrt. Was haben wir denn? Salz, Oats, Flour, Rice, Zucker. Zucker geht immer, ne? Guard. Place Order and Pay. You got it. Now exit the chair using the A-Button on your right controller. And use the Build Tool on your wrist menu to place the ordered furniture. Okay, wir drücken jetzt A. Okay. Und jetzt muss ich, was muss ich hier drücken? Genau, hier war mein A. Okay, jetzt habe ich hier ein Build Tool. Ah. Ah, jetzt kann ich das irgendwo hinstellen. Guck mal, jetzt noch drehen. Drehe ich das selber? Okay, ich drehe mich dann auch mit, ne? Wenn ich es dann... Ah, okay. Ich muss mich jetzt selber... Also, wir drehen dann beides, okay. Egal. Ähm. Das ist noch ein bisschen tricky, ne? Oder? Hallo? Ja, 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 ja. Das ist ein bisschen doof gemacht, oder? Das ist ein bisschen doof gemacht, ne? So. Nice work. Let's go to the unloading area to pick the products. Unloading area. Wo ist das denn? Ach da, guck mal. Ah, da liegt mein Paket, mein Zucker. Guck mal. Guck mal, das glänzt sogar ein bisschen hier, ne? Das, ähm, Klebeband. Bisschen Musik, der hat dem Ding ganz gut, ne? Oder gibt's hier Musik? Ich guck gleich mal. So, pick the product and place it into the shelf. Ich hab das einmal gekauft. Well done. You now are ready to open your store. Ach, gucke mal. Go to the store sign next to the store door entrance to open the store. Jetzt kann ich hier schon Kunden empfangen. Hä? Ach da. Hey. Aha, jetzt muss ich also auf den... Guck mal, da kommt jemand. Guck mal, da kommt eine Dame. Komm, wir räumen nochmal schnell auf. Wenn eine Dame kommt, muss ich aufräumen. So, geh mal schnell Zucker kaufen. Süße Frau kauft Zucker, ne? Die Figuren, sie gucken ein bisschen starr, aber ansonsten sehen sie gut aus und gehen durch mir durch. Okay. Die Frau hat mich voll ignoriert. So. So, wir schauen mal, was sie macht. Okay. So, sie geht jetzt zum Zucker, ne? Okay, mein Store ist noch ein bisschen sehr klein. Aber okay. So, was macht sie? Guck mal, dreimal oder zweimal Zucker hat sie gekauft, aber das sieht man nicht, wenn sie das in der Hand hat, ne? Okay. Einkaufswagen gibt's auch nicht. Sonst gehen wir mal hier zur Kasse. Hallo? Okay. Piep! So, Change, 1 Dollar. Achso. Ah, okay. Wenn wir es hier nur 4 Sterne, das war geiler Zucker, ey. So, was Olli? 6 Dollar? Was hat die mir gegeben? Was ist das? 10? Also kriegt die 4 wieder, ne? Super. Wieder nur 4 Sterne. Ich warte zu langsam. Hey, die kaufen mir mein Zucker leer. Okay. So, kann man die beklauen hier so hinten? Das Portemonnaie rausklauen hier. Zack. Mein Zucker ist gleich weg. Ja, aber wie soll ich denn jetzt hier die Kunden alle bedienen und gleichzeitig hier Sachen kaufen? Guck mal, wie das hier aussieht. So, wo ist da ein Zucker? Komm her. Das Card, please. Ah, die hat mit Karte bezahlt. Okay, das geht auch. Da kommt schon der Nächste. Ich muss aber eben was bestellen. Ja, komm, wir bestellen mal was Neues. So, mark it. So, mach mal Salz. Okay. Ich muss mein Salz abholen. Warte, Mädel. Komm. So. Das macht Spaß. Es ist simpel, aber es macht Spaß. Fail to find einmal rice. Okay, die wollte Reis kaufen. So, da haben wir jetzt Salz. Salz und Zucker. Okay, aber Zucker hast du gefunden, ne? Card, please. Ja, dann mach. So, dann kann ich hier abhauen, ne? So, okay. Dann räumen wir noch ein bisschen auf hier. Guck mal, ich habe Geld bekommen. Das kannst du auch wieder ausmachen hier. Ich muss noch ein bisschen aufräumen zwischendurch. Boah, ich muss verkaufen, aufräumen, einkaufen. Mann, 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 ist ja richtig hektisch hier. So, zack, 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 zack. Da kommt schon die Nächste. Haben wir noch Müll? So, komm, 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 komm. Ich habe keine Zeit. Was hast du gekauft? Salz oder Zucker? Zucker, Salz. Komm, Süße. Oh, die hat beides gekauft. Cash, please. Okay. Drei Dollar. Das soll ich jetzt erreichen? 50 Dollar, bist du fertig? Drei Dollar. Achso, der sagt mir das ja, ne? 46, 95. Und 95. 95, wie kriege ich das denn hin? 75, 80. Was? So, hat gepasst. Zwei nur. Okay. Ja, mach Karte. Karte ist immer gut. So, ich vertraue dir. So, wir bestellen wieder was Neues. Das wollten die alle Reis, ne? Okay, dann nehmen wir auch hier Oats. Kannst du auch noch nehmen, komm. Karte. Wie Geld habe ich über... Das wird immer weniger statt mehr. Ja, das Zucker ist ausverkauft. Oh, Mann, 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 Mann. Wo schnell bin ich doch hier nicht? Ach, der will schon bezahlen, ich komm. So, hier, das Krimskrams kommt nach unten, oder? Warum geht das nicht? Ach, das geht doch. So, das sieht doch gut aus, so. Weiter geht's. Was wolltest du? So, Card, please, Card ist immer gut. So, wir brauchen Zucker, ne? Genau, Zucker ist alle. So, jetzt schnell Zucker kaufen. Zucker, Zucker, Zucker. Okay, ich kann ja auch den Laden schließen, ne? Dann kann ich ja in Ruhe hier wieder alles auffüllen, ne? Das ist ja natürlich dann auch cleverer, ne? Upgrades gibt's auch noch. My Store Customizations, okay. So, ähm, Zucker kommt. Ich bin auf dem Weg. Mein Gott, nicht so wie... Quickie, Mann, ne? Ach, da kommt schon der Nächste. So. Boah, hast du eingekauft? Hier, guck mal. Können wir es doch doppelt machen? Ne. Bisschen bescheißen. Card, please, Card ist gut. Boah, 17 Dollar hat der ausgegeben hier. Sehr cool. So, cool wäre natürlich, wenn man hier eigene Preise machen könnte, ne? Wir gucken uns das jetzt mal in Ruhe hin ein. Ich mach jetzt erstmal den Laden dicht. So. Gucken, ob die noch einkaufen darf. Ja, ne? Aber dann kommt keiner mehr. Dann räume ich noch ganz schnell auf. Und dann machen wir ihm mal ein bisschen was schön, ne? So, ist ja hier nicht mehr schön. So, komm, komm. Hallo. Oh, das war umsonst. So. Card, please. Ist okay. So, Karte. Ich hab den Laden zugemacht. Du kannst hier gar nicht rein. Hallo? Ich hab die Bude zugemacht. Ey, geh mal wieder. Hallo. Das ist zu. Die waren auf dem Weg. Aber hast du Glück gehabt? Komm, ich bin ja nett. Wird eh dunkel draußen. Ist gleich hier Schicht im Schacht. Komm, kauf schnell ein. Ich muss aufräumen. Aber komm, wir haben ja sogar so Schatten und so, ne? Sehr cool, oder? Ja, ich such doch nicht so lange. So viel hab ich auch nicht. Ja, Floor, Floor hab ich nicht. Ich hab kein Floor. So, komm, mach. Ich brauch Cash. Kohle. So. Was? Was hast du denn alle gekauft? Ey, guck mal, was die alle gekauft hat. Mein Gott. Nee, ey. Hast du Party vor oder was mit dem Zeug? Hier, Reisparty. So, Card, please. Okay. So, jetzt gehen wir mal in den Computer. Und gucken mal einmal in Ruhe, was wir hier noch machen können. So, My Store. Missing Products. Okay. Ah, hier kann man die Preise einstellen. Guck mal. Ah, erstmal alles hier ein bisschen teurer machen. So. Und wie kann man hier scrollen? Tatsächlich händisch hier, so. Und in Storage hab ich nix, ne? So, das fehlt hier. Kann man das dann gleich kaufen? Das geht nicht. Okay, ist schade. Upgrades. You reach Level 5 to unlock. Also, ich muss hier Level erreichen, um das Ganze hier nochmal abzugraden. Customizations. So. White Tiles. Equipped. Okay. Habe ich das jetzt? Hatte ich die vorher nicht ausschauen? Ich weiß das nicht. So, also, ich muss jetzt hier praktisch ein Level. Wo sehe ich denn mein Level? Da, Level 0. Okay. So, und hier konnte ich jetzt... Gain XP Store Level. Ach, da sieht man das Level, ne? Store Hygiene. Clean. Dirty. Cleaner store from trash. Stains and graffiti to grease your Hygiene Level. Dirty. Clean. Filling. Gain store and to get more cost into NXPs. Okay. So, was fehlt dir jetzt? Flur, ne? Oder? So. So, und jetzt wollte ich nochmal gucken wegen Musik, ne? Also, ich gucke nochmal wegen Musik. Options, Movement. Da gibt es leider... Es gibt leider keine Musik hier. Dann haben wir Build Tool. Dann haben wir Progress. Okay. So, jetzt muss ich erst nochmal hier sauber machen, damit ich hier eine gute Store-Bewertung bekomme. Das möchte ich natürlich. Guck mal, es wird sogar dunkel draußen. Lass mal hier Olle mal rein. Das muss alles hier schön werden. Oh, ich habe einen neuen Level freigeschaltet. Jetzt kann ich irgendwas kaufen. Sehr cool. Guck mal, hier ist Olle Glasscherbe hier, Flasche vor meinem Laden. Was soll das? So. So, der komische Monitor kommt auch noch raus. Ne? Sieht ja nicht schön aus. Hier, komm. So. Zack, 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 zack. So, was habe ich geschärft? Store Hygiene. Okay, da können wir noch ein bisschen was machen. Ich bin jetzt hier Level 2. Guck mal. Sehr cool. So, jetzt holen wir uns mal eben hier den Wischiwaschi. Ich glaube, hinten war auch noch Müll, ne? So, erstmal ein bisschen aufräumieren. So, gib mir mal mein Teil hier. So, haben wir jetzt Floor. Das passt nicht. Ich brauche noch ein Regal. Ach, shit. Okay, dann kaufen wir jetzt noch ein Regal. Kann man sich hier drehen? Also, am Tisch könnt ihr euch nicht drehen. Drinks sind noch... Irgendwas freigeschaltet. Ach, da, guck mal da. Sweet Corn habe ich freigeschaltet. Und Peas und Tomato Sauce. Okay. Hier steht Reach Level... Ach ja, bei Level 1. Okay. Furniture. Ach, guck mal. Das ist ein größeres Regal, ne? Machen wir das. Okay. So, wir drücken wieder Art. Jetzt habe ich ein zweites Regal. Dann machen wir wieder Bild, ne? Bild. Okay. Verstellen wir hier, soll man mal hinkommen. Super. So, jetzt kann ich hier... Aber wäre schön, wenn das mit ansaugen wäre. Da müsste man sich nicht immer bücken, ne? So. Aber das machen wir jetzt natürlich auch noch hier. Komm, all. Was war jetzt neu? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, das flottet. Dann machen wir jetzt hier das. Das und das. Und Checkout. Komm, ist das... Ach, nee, okay. Okay. So. So. Da sind meine ganzen Kartons. Da steht sogar drauf, was das ist, ne? Also, ich kann mir sogar, glaube ich, ein Lager machen, wenn ich mir die Regale da hinten rein stelle. Irgendwie war da was, glaube ich. Guckt mal, Leute. Was ist das denn? Wieso ist das denn das nur eine Dose? Okay. Eine Dose nur. Weiß ich nicht. Kann man die Sachen eigentlich auch wieder wegnehmen, wenn man die woanders hin tun möchte? Ne, das geht nicht mehr. Okay. So, das sieht doch schon mal ein bisschen was aus, ne? So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? My Store. Ich habe ja was... Achso, das ist hier noch mein Storage. Hier, wo war das? Upgrades. Ne, Level 5. Also, das dauert noch, bis ich hier was upgraden darf. Und Customization. Oh, guck mal. Weißer. Green Carpet. Blue Carpet. Komm, wir machen hier mal so einen roten hier. So, quick. Tatsächlich. Guckt mal. Schön, oder? So. Hier haben wir auch noch ein bisschen Müll. Das müssen wir natürlich auch noch wegmachen. Und dann machen wir den Laden gleich wieder auf. So. Ich mache mal hier meine Uhr aus, Leute. Ich habe es wieder mal vergessen. Ich weiß, ihr mögt das, wenn die Uhr mitspielt hier, ne? Aber macht sie diesmal nicht. So. So, hier war noch irgendwie Müll. Ich muss ja hier die Level aufsteigen. So, das mache ich wieder weg. Müll, 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 müll. Und putzen müssen wir leider auch noch. Dann ist er jetzt durch. So. Ich will einen schönen Quickie-Markt haben hier, ne? So. Zack. Komm her. Blödes Graffiti hier wegmachen. So. Zack. So muss mein Markt aussehen. Ihr habt es zwar schön graffitiert hier, schön gesprüht, aber ich will das schön haben. So, die Sonne geht auf. Kann man das auch machen? Weil das sieht ja schon ein bisschen verlottelt aus hier, die Scheibe, ne? Aber da tut sich, glaube ich, nichts. Oder von innen, ich weiß es nicht. Das kann man auch nicht wegmachen. Also das Laub ist Laub. Und die Scheibe bleibt einfach schmuddelig. Schade. Gut. So, wir haben alles sauber gemacht, ne? Okay. So, wir machen den Markt auf. Und dann dürfen die Leute einkaufen. Ding, ding. So, schön, ne? Guck mal, hier mein, mein, mein. Mein, mein. 24 Stunden Quickie-Markt hier. So. Kommt schön. Kommt einkaufen. Ich hab die Regale für euch voll gemacht. Hallo. Es kommt keiner. Hallo. Wo seid ihr denn? Warum kommt denn keiner? Die pennen alle noch. Keiner will bei mir einkaufen. Mann. Nee, aber es macht Spaß, ne? Es ist simpel hier und da. Aber im Großen und Ganzen kann man da doch nicht meckern, ne? Es war klar, dass ich das wieder nicht hinbekomme. Jawoll, new highscore. Irgendwie habe ich hier Geräusche gemacht. Jetzt habe ich wieder das Spiel kaputt gemacht. Ich habe das Spiel verbabbelt. So, da kommt jemand. So, geh mal einkaufen. Ich habe hier volle Auswahl. Ich habe alles hier eingekauft. Mach mal. So. Ja, komm. Komm, 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 komm. Okay. Mehr, mehr, mehr. Ich brauche Kohle. Was, was, was? Oh, es ist zu expensive. Bist du? Was soll das denn? Tisch. Ja, manche sind jetzt billiger geworden, wenn du ein zweites Mal guckst, oder was? Hä, brauchst du nämlich? Ey. So. Gucken, was die Oats zu expensive. Ja, dann geh doch nach Netto, ey. So. Die hat die einzigsten Bohnen gekauft. So, ich muss neue Bohnen kaufen. So, komm. Die waren das, ne? One Units. So, habe ich. Jetzt muss ich die Bohnen alle einzeln da hinschleinen, oder was? Was ist das denn? Wir sollten die wieder ab? Du hast gar nichts gekauft, du Vogel. Warum sind denn die Bohnen alle einzeln, ey? Hier, Bohnen, komm. Das ist doch ein Fehler im Spiel. Ich mache doch jetzt hier nicht... Ein Regalfach für eine Dose Bohnen, also da ist, glaube ich, ein Fehler, oder? Irgendwas stimmt da ja nicht mit dem Bohnen. Ja, kauft mal die Bohnen hier. Aber nicht draußen klauen, ne? Alles schön bezahlen. So. Bohnen, Bohnen. Eine Bohnen kriegen wir runter. Das ist ja doof. Also da stimmt was nicht, ne? Mit den Bohnen. So. Kauf die Bohnen. Ich brauche Platz. Die Bohnen sollst du kaufen. Was, die sind zu... Expensiv. Ich habe das doch gar nicht am Preis geschraubt, ey. Mann, 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 Mann. Okay, kann man das doch sehen. Wenn da eine Karte drauf liegt, jetzt war ich nicht schlägt. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Kartenesingerät. Sehr cool. Bim, bam. So, was macht denn hier überhaupt mein... CLEAN. CLEAN, ja. Stopped from dress, stains and graffiti to increase the store hygiene level. Habe ich ja. Ja, normale Popularität, ne? Level 1. Bei CLEANING, purchasing and selling products. Ach so, du stehst da schon. Entschuldigung. Cash. 10 Dollar. 2,75. 2. Zack. 5 Sterne hat die Dame mir gegeben. 5 Sterne, so muss das. So, ich bin kurz vor Level 2. Kauf Bohnen. Ich muss das Regal herkriegen. Was piechst du expensive? Oh mein Gott, die kaufen alle meine Bohnen nicht. Bohnen sind scheiß. Okay. Wo sind die Bohnen? So, komm hier. Heute für einen Dollar hier, die Bohnen. So. Ich habe die Bohnen reduziert. Ach, jetzt wolltest du, ne? Ach, nee, hat er was anderes gekauft. Kannst du den Kram selber zusammen sammeln? Weil du wolltest ja meine Bohnen nicht kaufen, hier. So, da. Sammle dir den Kram selber auf. Ach, Cash will, ne? 3, 37. 3, 37. Hab ich. Gut, fach. Ach, weißt du was? So, guck mal, was die alle kauft. Mein Gott. Mein Gott. Jetzt werde ich hier reich. Ich werde jetzt hier eine Kette. Eine Supermarktkette. Card please, 21. Mach fertig. So. Ja, ich schließe den an. Neun Level. Guckt mal, Leute, habe ich geschafft. Ja, ich werde dir noch ein bisschen was verkaufen. Und da mache ich den Laden gleich zu. Und ihr findet das Ding auf Steam. Ja, und mein Fazit zum Spiel. Das findet ihr jetzt hier im Anschluss. Es ist ein Indie-Titel. Keine Frage. Optisch ist das okay. Ja, ich sage mal gehobeneres Mobile-Niveau. Ja, so möchte ich es gerne mal nennen. Alles ist scharf. Es flimmert nichts. Kann man machen. Ja, das Spiel selber ist natürlich jetzt kein Triple-A-Spiel. Gar keine Frage. Aber es versprüht irgendwie seinen eigenen Charme. Das muss ich wirklich sagen. Es macht schon irgendwie Spaß, seinen eigenen Laden einzurichten. Die Kunden abzukassieren. Ja, und den Clou mit dem Wechselgeld. Das finde ich richtig, richtig cool. Muss man mal wieder so ein bisschen seine Mathematik-Gehirnzellen aktivieren. Ja, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. Die Frage ist natürlich, wie lange motiviert das Ding? Ja, also man macht ja irgendwie nicht irgendwann so eine riesige Lebensmittel-Kette auf. Also es bleibt bei diesem einen Laden. Aber ja, macht Laune. Nur das mit dem einen Produkt. Das waren das Bohnen, glaube ich, dass ich nur eine Dose im Karton hatte. Entweder ist das ein Bug oder ich musste da jetzt auch noch am Computer eventuell die Menge im Karton einstellen. Da war ich vielleicht wieder zu hektisch. Ich weiß es nicht 100%. Möchte aber nur darauf hinweisen. Nicht, dass ich wieder behaupte, es war ein Fehler und ich war nur wieder zu blöde. Ja, kann man auf jeden Fall machen, wenn man auf diese Art von Spiele steht. Wenn man mal einen eigenen kleinen Minimarkt aufbauen möchte. 1479 ist hier völlig fair. Und der Entwickler bleibt übrigens auch am Ball. Die ersten Updates sind auch schon eingetrudelt. Ja, eure Meinung zu diesem Titel. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt das alles mal hier unten in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt möchte ich euch noch auf unseren Discord-Server einladen. Eine große, schillige VR-Community erwartet euch dort. Und der Weg dorthin, der ist gar nicht schwer. Der Link zu unserem Discord ist wie immer in der Videobeschreibung vorhanden. Oder ihr gebt jetzt einfach weare-discord.de an. Und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß und viel Erfolg mit eurem eigenen Supermarkt. Und dann hoffe ich, dass wir uns hier beim nächsten Video natürlich wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.